Ok, ich muss eines zu früh anfangen. Ok, dann... Oh, sorry. Das war keine Absicht. Ok, so kann ich das aufmachen. Dann hier oben noch einen hin. So, ist nur die Frage, machen wir jetzt Holztreppen? Ich glaube, Holztreppen sind ganz ok, oder? Ja, kann man lassen. Und die Wände, die kannst du dann ja später noch editieren. Oder jetzt. Oh. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Ich mache da einfach... Bring uns rein, wie heißt es? Diese Stonebricks. Backsteine? Ja. Ja. Allein nicht Backsteine, sondern halt einfach... Wie das Steinbackstein, ne? Ja. Stormbricks halt. Dafür brauchst du aber, hast du denn die? Ja, klar. Dafür musst du kabelste und schmelzen. Soll ich ein bisschen kabelste und gerade mal in den Ofen packen? Ach, hast du gehört. Habe ich schon gemacht. Ich könnte auch welche... Nee, ich sitze mal das Bett da wieder hin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man mich nicht hört, aber man hört mich genauso wie vorher, oder? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Eben als dein Bruder mich angerufen hat, ist die Aufnahme für ein paar Sekunden abgeschmiert. Oh, das ist schlecht. Ein Tasse. Ich habe nichts geklaut. Gerade das... Was soll ich da rein tun? Oh, ich habe ein... Monster. So, wir müssen... Wir... also die... Bauen wir ein bisschen weiter runter. Wir können auch ein paar mehr Kamine hier hinstellen. Können wir auch machen. Ich habe jetzt schon vier Stonebricks. Warte... Das weiß ich nicht zuvor. Soll ich das machen. Hier sind wir noch die kleinen Dingens von den Dingens. Also deine Hühner sind ja eine reinste Eiproduktion. Ja, nice. Also wenn man Eier irgendwie braucht, dann ab zu deinen Hühnern. Klar. So. Da dahin. Da dahin. Jetzt erst mal da unten den Raum gestalten. Das ist das allererste Mal, dass wir hier was zusammenbauen, oder? Ja, ich glaub schon. Oh, meine Rüstung hat Leben verloren. Wann verliert meine Rüstung Leben? Wenn die benutzt wird, also wenn du angriffen wirst. Nur dann? Ja. Oder wenn du runterfallst. Also generell in einem Schaden bekommst. Achso, hier kommt jetzt der Raum hin. Ja. Geht's denn hier runter? Achso, da hab ich mich mal runtergefallen. Ach, bin ich hier... Ah. Am besten einfach zubauen lasst du. Aber hier ist Kohle. Und Kohle lass ich mir doch nicht entgehen. Ähm. Wo ist sie? Wo ist sie? Ja. Hier gibt's echt viele Lieder, die richtig... Schade sind. Aber auch viele Lieder, die richtig geil sind. Ach, okay. Schade. Das ist... Okay. Oh, da ist ein Creeper. Genau. Wie ist ein Creeper eigentlich nochmal entstanden? Hast du irgendwas mit einer Frühe erzählt? Und... Das war halt ganz am Anfang. Da, ähm... Äh... Da war irgendwie... Das Schwein... Die Datei vom Schwein, die sah irgendwie ganz anders aus. Und war halt einfach nur ein... Weißer Klotz. Der hat halt genau die gleiche Form von einem Creeper jetzt. Und, äh... Das sollte... War halt damals ein Schwein. Das war irgendwie fehlerhaft. Man hat sich dann noch gedacht. Daraus mache ich irgendwas. Man hat das von Grün angemalt. Daraus den Creeper gemacht. Ja, die besten Dinge passieren durch Zufälle. Ja, sterblich. Oder die schlimmsten. Ja, oder das? Sagen wir mal so die größten Erfindungen. Tralalala. 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 Ich darf doch hier die Kohle unter deinem Keller abbauen, oder? Ah, ich erlaube es dir. Ich fahre nach dem Ölstuhl. Weil ich hab bei mir zu Hause Kohlemangel. Die Kohle ist ja mittlerweile auch schon so teuer. Hilfe! Was ist los? Und wie viel Kohle hast du schon? Äh... 27. Gut. Kann es sein, dass meine Steinachsteisen schneller abbaut als Kohle? Ähm... Ja. Kohle ist, äh... Braucht länger. Ich komm mal wieder zu dir hoch. Okay. Äh... Timo, muss man hier unten keine Treppe hin machen? Weil sonst muss man ja springen, ne? Äh... Was? Hä? Wo? Hier unten. Was kann springen? Das wird der Boden. Ach, stimmt. Wie groß soll denn der Raum werden? Hm... Reicht die Größe eigentlich schon, oder? Eigentlich schon. Moment. Ich muss grad mal gucken, damit es symmetr... Wahrscheinlich symmetrisch wäre das eh nicht mehr perfekt, weil das ist hier in einer Abgang. Und eben. Wie breit ist denn so ein Portal? Vier. Ja, das symmetrisch ist gar nicht möglich. Ja, das ist nicht schlecht. Außer... Ne, ist nicht möglich. Kannst du machen, was du willst. Und da kann man im Portal nicht auf fünf breit machen. Ne, ich glaub nicht. Doch, man kann doch so riesen Portale bauen, doch, oder? Ja, weil die sind viel größer und, äh... Das ist im Endeffekt aber auch eine gerade Zahl. So... So... Soll ich jetzt einfach hier hinbauen? Warte, es muss aber auch schön aussehen. Ja. So... Am besten noch eins in die Tiefe. Ei, 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 Ei! Wenn du... So... Oh... Ich hör' dir noch ein paar Ölchen hin. So, was haben wir den Zuschauern denn noch so zu erzählen? Ja, was? Welchen Skin hast du da überhaupt an gerade? Ah, so. Ich hab doch Mr. Teeth genommen, oder? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Schwarzer. Ja, auf jeden Fall ein Schwarzer. Scheiße. Wissen, was ist denn? Warum bist du so? Schwarz ist schwarz. Kann man doch nicht leugnen. Alles ist relativ. Ne, das geht nicht. Ne, Timo, das können wir nicht machen. Was können wir nicht machen? Da muss schon die Decke sein. Ernst. Ja, man sieht ja das Holz. Das ist das Problem. Ich hab eine Idee. Oh, wenn du Ideen hast, dann hast du Ideen. Nein, man kann ja einfach. Obwohl, im Moment, aber trotzdem. Ich brauche mir gerade einen Spitzhack. Moment, im Moment, ich brauche einen Spitzhack. So, also. Hier ist ja Platz, ne? Genau. Was willst du machen? Oder so ein Erpol so hoches Einschauen. Aber der Raum wird nicht mehr breiter, oder? Ja, breiter glaube ich nicht. Okay. Dann will ich das ja alles schon mal mit Stein aus. So. Ich schreibe schon mal. Äh. Hinti. Moment. Das, äh. Tor. Soll ich das mir in den Boden, oder einfach mal aufrecht stehen bauen? Hm. Ich weiß nicht, was sieht denn besser aus. Ich hab noch nie so oft Tore gesehen. Ähm. So. So. Also, schauen wir jetzt an zu bauen, okay? Oh, ich will dabei sein. Ich hab noch nie erlebt, wie im Tor im Survival-Modus gebaut wird. Okay. Aber das ist ziemlich hässlich und symmetrisch jetzt. Und, ähm. Ich muss das ausgucken. Soll hinter dem Tor nicht noch ein bisschen Platz sein, oder soll es direkt an der Wand stehen? Feuerzeug. Ja. Sieht wirklich etwas hässlich aus. Aber, jetzt... Er fällt ja seinem Sinus weg. Oh, ich hab da kein Ding ins das Hals. Ich muss jetzt... Wäre es nicht vielleicht etwas schöner, wenn man auf der einen Seite hier wenigstens noch eins breiter machen würde? Hm. Kann man machen. Kann man machen. Warum gibt's eigentlich im Nähtager, äh, Keys? Ja, wieso nicht? Ich... Irgendwie muss es ja auch... Oh, komm. Warum zündest du das nicht mit ner Fackel an, ne? Äh, das muss man... Mit... Feuerzeug. Okay, ich komm jetzt. Willst du zu... zugucken? Sag, wenn... Wenn's losgeht, dann guck ich. Ich bin da. Guck. Ohhhh. Ohhhh. Jammer, Sparabo. Jammer, Sparabo. Wollen wir jetzt direkt durchgehen oder den Raum noch fertig bauen? Ähm... Erstmal reingucken, okay? Okay, warte, warte, warte. Ist... Ich pack grad alles Wichtige unten in... Warte, 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 stopp, warte. Du bist schon reingegangen. Nein, noch nicht. Ich bin draußen. Braucht man dem Nähtager Fackeln? Ja. Okay, das hast du aber eben nicht erwähnt. Aber ich hab ja jetzt Kohle dabei. Okay, ich geh rein. Okay. Dört. Auf drei gehen wir beide rein, okay? Okay. Okay, okay. Drei. Zwei. Zwei. Am besten schneidest du jetzt in Folge. Hier. Einen Schnitt in die Folge. Aber jetzt mach ich den Schnitt.